Wo geh ich jetzt am besten hin? Du stellst dich. Da hin, ne? In die Mitte von allen. Ok Leute, ich mach jetzt hier einen Rap, ja? Attentione, attentione! Bitte alle herkuchen! Ok, Freestyle! Ich bin ein Hase! Guck in dein Gesicht, da ist eine Nase! Ja, ich steh hier und rappe! Wie die letzten Deppen! Das ist eine Bestrafung von den Battle! Also ich finde, das sollte der Jan... Der sollte noch einen Versuch sagen. Aber dieses Mal holen wir mal ein paar Leute für den Rand. Klatschen, haben sie schon! Hallo, ich bin Jan! Klatschen! Und ich mache euch das Licht an! Aber es war für nichts aus! Es war eine komische... Kein Joint! Kein Joint! Wäre mir lieber gewesen! Könnte ja sein können! Die Leute sind heute nicht besonders aufgeschlossen, merke ich. Schade! Die Gruppe da vorne! Ja, die Gruppe, Mann! Die schaffe ich! Die schaffe ich! Ja, die Gruppe! Ja, die Gruppe! Ja, die Gruppe! Ich spreche in Deutsch! Bitte hör mir an! Du hast eine große Gruppe mit dir! Ja! Aber wir haben nicht viel Zeit! So... 2 Minuten! 1 Minuten! 1 Minuten! 1 Minuten ist okay! 1 Minuten ist okay! Ich brauche dich für ein Experiment! Kannst du das? oder die Mitle Trinselaten? Lausse, ich kann bitte alle in einen Handlenken. 6 Minuten bitte! Wenn die Gruppe da sind, bitte ein wenigstens wunderschön! So.... wie das? 7 Minuten? Alle, bitte! 7 Minuten bis dato! Okay Leute, ich rappe heute, was geht so ab hier in Köln, man, nix, ist okay, aber trotzdem, voll die geile Einlage von euch und mach jetzt mal weiter mit meinem guten Klo, ich sitz oft auf dem Klo, ja, ich scheiße oft, das macht, reißen Topf. Das war diese Folge Idiots Extreme mit Gamers In, ja Gamers In, ganz coole Leute, also da haben wir echt einen Rücksfang gemacht mit diesen Leuten, Nohomo, abonnieren hier in der Beschreibung und auch hier bitte nicht vergessen, Daumen hoch lassen für die Jungs, auch abonnieren, super geiler Kanal, die Idiots Production. Der Kleine ist ein bisschen gekränkt oder verloren, ich meine, das rosa Asenpusten, bis zum nächsten Mal, bye, ciao.